Wir sind gegen unseren Willen hier, falls die Kamera schon läuft. Herzlich willkommen zur ALS Eisbacke Challenge. Wir sind der Kletterwald Freischütz. Wir bedanken uns bei Tobias Haich für die Nominierung. Und wir nominieren den Kletterwald Sein, das Restaurant Freischütz in Schwerte und in Nikolaus. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020